Hey Chase, hast du kurz Zeit? Lass mich raten, das hat was mit dem Gefallen für Ellie zu tun? Äh, ja! Ich hab mich freiwillig gemeldet, um den nagelneuen Polizei-LKW abzuholen, der heute Nachmittag an der Polizeistation vorgestellt werden soll. Und dabei haben Kriminelle dich in die Finger bekommen, richtig? Wow! Wie hast du das denn erraten? Warte, an welche Zahl denke ich? Hier ist dein Tipp, es ist die 6. Der LKW, Frank. Oh ja, sie sind ein bisschen damit rumgefahren, aber jetzt haben wir angehalten. Und wo seid ihr? Äh, während der Fahrt habe ich ein lautes Nebelhorn gehört. Muss wohl der Hafen gewesen sein. Hafen, okay. Und dann hatte ich das Gefühl, dass wir über Gleise gefahren sind. Bahngleise, okay. Dann haben wir angehalten und ich konnte aus dem Fenster Krabby-Kurfer kennen. Du! Ich bin gleich da. Wo? Okay Leute, und damit herzlich willkommen zurück in Lego City. Bis außerdem haben wir jetzt erstmal eine weitere Fahrt vor uns, weil, naja, er hat es mal wieder vergeigt. Und ich muss zugegeben, ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, ja. Er wurde anscheinend entführt, als er das neue Polizeiauto abholen wollte. Und, naja, wir müssen uns jetzt in den nächsten, ähm, ich finde gerade die Tasse nicht hier. Das ist für Nitro. Wir müssen uns jetzt in den nächsten Stadtteil begeben, um, ja, um ihn zu retten. Das ist, äh, ja, okay, geht eigentlich doch ganz schnell. Die Straßen kann man mit dem Polizeiauto relativ schnell abfahren, dank Nitro und allem. So, jetzt haben wir wieder. Und, ja, wir folgen einfach mal den grünen Stats, um möglichst schnell hinzukommen. Ich will schauen, dass ich jetzt nicht mehr ganz so viel immer rumsuche nebenbei, sondern halt, dass ich mehr nebenbei die ganzen Supersteine hole. Aber, ähm, ja, eigentlich würde ich viel mehr sammeln, sagen wir es so. Aber gut, ich möchte jetzt halt nicht nur ein Sammelspiel draus machen. Zum Beispiel, hinten wären schon wieder ein paar Steine gewesen, die ich gerne abgesucht hätte. Und wir können ja hier auch einfach mal ein bisschen zu Dinger rammen, zack. Keine Ahnung, für zwischendurch geht das ja. So, wieder beschleunigen. Und ich gucke mal auf die Karte. Oh, ja, das kommt davon. Texting und fahren gleichzeitig. Ach, ging es da runter? Na, jetzt kann ich die Kamera nicht drehen. Ich will mal wissen, ob die Sportautos hier auch Nitro haben, weil... Ach. Ich komme später nochmal und gebe Ihnen die Versicherung. Und, ähm, ja. Ich weiß, sonst könnten wir uns auch mal irgendwie ein Sportauto klauen oder so, ich weiß nicht. Wäre ganz cool, aber wenn die keinen Nitro hätten, dann wäre es natürlich langweilig. Deswegen bleiben wir doch erstmal lieber bei dem hier, schätze ich mal. Oh, sorry. Und den muss ich einfach ein bisschen... Alter, was hat der für ein kleines Auto? Der fährt mir auch... Stimmt, wir hätten ja auch mit dem Zug fahren können, oder? Naja, egal. Jetzt sind wir schon so mit dem Auto da. Und es ist nicht mehr weit. Ja, es ist immer noch in diesem Waldgebiet, sehe ich gerade auf der Karte. Soweit ich das erkennen kann. Und ich habe die Abzeugung verpasst. Ups. Da hinten geht's rein. Genau. Wie man ja auch hier sehen kann. Aber ich schaue irgendwie trotzdem immer wieder mal auf die Karte. Naja. Hier waren wir doch auch schon mal, oder? Und ich bin schon wieder vorbeigefahren. Ach komm. Diesmal habe ich nicht mal auf die Karte geschaut, aber habe mir die Umgebung reingeguckt. Ach. Ich muss echt besser aufpassen. Hier runter geht's, okay. Ist anscheinend ein etwas verlasseneres Ding. Das kenne ich schon von irgendwo her. Ah, da. Und damit kommen wir gleich ins nächste Level, wie es aussieht. Na dann. Hey, bist du da drin, Frank? Ja! Bist du das Schiss? Bist du hier, um mich zu retten? Psst! Johnny! Hol den Rest der Truppe! Und sag Mr. Chan, dass wir Besuch haben! Die sind noch in der Nähe. Wir sollten leise sein! Und dann haben wir es jetzt mit ein paar Chinesen zu tun. Und dann können wir gleich unsere Kung-Fu-Skills vom letzten Mal anwenden. Ähm, A drücken. Schneller! Jawohl, habe ich ihn? Äh. Achso, jetzt kann ich den... Oh, wie war denn das nochmal? Achso, ich konnte den werfen, stimmt. Boah, ich muss da wieder reinkommen, sorry. Äh, komm, greift mich nochmal noch jemand an. X, okay, jetzt. Ey, ich habe doch gedrückt. X. So. Wie kann ich den denn nochmal packen? So nicht. Ähm, so auch nicht. Aber... Jawohl, so. Nee, gleich da. Sorry, dass ich mich hier erstmal wieder reinfinden muss, aber ich habe ein paar Treibungen nicht mehr gespielt. Da braucht man schon eine Zeit. Und ach ja, ich sollte sie vielleicht gefangen nehmen noch, wäre nicht schlecht. Zack, dich. Und den erwischen wir auch noch, komm. Oh, verdammt. Ich bin auch langsam. Jawohl, zwei auf einmal. Oh, oh, was? Ich bin tot? Ach, die ziehen mir Herzen ab. Oh, ich habe nicht aufgepasst, sorry. Na, komm, die wollen auch nicht umfallen. Ja, ich hatte sie ja schon. Zack. Na gut, da muss ich dich wohl packen. Hä? Will irgendwie nicht so wirklich. Ah, jetzt hat er aber. Den konnten wir abwehren. Autsch. Verdammt. So. Ah. Und überwältigen. Auf den da bitte. Jawohl. Okay, Double KO. War es doch nicht? Wer hältst du aus, Mann? Wir hauen einfach drauf und dem passiert nichts. Na komm, geh am Boden. Na gut, dann überwältigen wir ihn so nochmal so. Und. Was? Zur Hölle? Okay, wir haben ihn erwischt. Gut. Und wir mussten nicht mal verhaften. Er ist einfach verschwunden. Auch gut. Oh, aber es kommen noch Verstärkungen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Na, ganz toll. Was? Was war da auch noch? Und geil, es gibt Jetski. Hammer. Okay, das wird doch ein bisschen länger dauern. Ah, überwältigen. Und rein in die Menge. Zack. Ah, verdammt. Okay. Okay, den nehmen wir fest. Den haben wir nicht mehr erwischt, aber den noch. Und den noch. Oh, drei auf einmal. Das gibt Kohle. Äh. So. Haben wir den? Jawohl. Okay. Oh, dann muss man echt so schnell reagieren, wenn man hier X drücken muss. Jawohl, diesmal haben wir es mal geschafft. Okay, jetzt alle gefangen nehmen jetzt schnell. Ich will nicht nochmal drauf gehen eigentlich. Jawohl. Oh, das war knapp. Okay. Abgewehrt. Oh, zwei Ball. Einmal. Wie auch immer ich das gemacht habe. Und Megaattacke. Deathdown. Sechs Stück für uns. Und ach, das war gar kein Level. Los jetzt. Wenn du Gas gibst, schaffen wir es noch zur Enthüllung. Mir reichte schon, das hier zu überleben. Und ich dachte, ich hätte keinen Ehrgeiz. Na dann. Äh. Äh. Der Typen erwähnt einen Chan. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte, Frank? Ah, er meinte wohl Chan Chuang. Der ist neu in Lego City, aber schon Inhaber des größten Chop Shops der Stadt. Ich hoffe, er kann kochen. Ein Chop Shop ist kein Indus, sondern eine illegale Werkstatt. Fuck. Hä? Oh. Dann kann ich die Reservierung wohl stornieren. Wie habe ich das geschafft? Dieser Charme steht sicher in Verbindung zu Rex Fury. Ich hoffe mal, die schauen nicht hinten nach. Denn hier ist ein Haufen Zeug aus den Schränken gefallen. Na, verdammt, okay, jetzt haben sie uns doch noch mein Herz abgezogen. Alter, es wäre immer mehr. Ich bin auch so die geilen Rennautos. Okay, da unten sind wir noch zu klasse. Können wir uns mal merken? Jetzt möchte ich aber erst mal abhauen und... Ach nein, ich sperre. Okay, mittendurch, Leute. Aber wirklich mittendurch hier so. Was zur Hölle, warum sind die explodiert? Oh, und das ist ja inzwischen offen. Ist so geil, wie das hier alles Lego-mäßig gebaut ist. Aber irgendwie sind uns... Okay, jetzt sind sie wieder da. Nein, nein. Oh, fuck. Das hat abgezogen. Ich habe auch mal bei meinem Camper den Temporegler aktiviert und dann hinten ein Lickerchen gemacht. Oh, what the fuck. Alter, da kommen wir ja mehr. Okay, wir lenken ihn gegen den... Na, okay, doch nicht. Ich dachte, wir schaffen es, die gegeneinander zu lenken. So wie das hier. Aber na ja, fast. Boah, ey. Das ist wirklich... Krass, irgendwie. Ich bin gerade mit dem Kopf auf den Schrank gekreist. Na, ganz toll. Aber uns gehen langsam die Herzen aus. Ja, das wäre ganz gut, Leute. Okay, wie weit haben wir es noch? Noch einiges. Sie scheinen uns nicht mehr zu folgen. Nicht schlecht, Chase. Kommst du an der Ecke davon mal an. Okay, dann... Ja, nichts mehr hin. Und ich wette, er will jetzt umsteigen, dass er fährt. Ganz bestimmt. Was ist... Ach, komm, jetzt keine Leidezeiten. Nee. Glaube ich nicht. Okay. Macht es dir was aus, wenn ich jetzt fahre? Ellie soll sehen, dass man mir vertrauen kann. Na gut. Genieß den Augenblick des Ruhms, Frank. Ha! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Marion. Ich muss die Brücke heute Nachmittag wieder eröffnen. Wo bleibt der LKW? Als ob mich Ruhm und Ehre interessieren würden. Mein Publikum. Der LKW, Frau Bürgermeisterin. Auf die Minute. Da bin ich mit unserem neuen LKW. Frank Honey, der Helm der Stunde. Bahn frei. Honey! Honey! Cindy! Sorry, Ma'am. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Hey, Chief. Dun-Bee! Honey! Waffeln? Was spielen wir? Na, was haben Sie denn erwartet mit Frank als Fahrer? Das ist alles Ihre Schuld, Marion. Wow. Chase, ich brauche gute Neuigkeiten. Hast du Rex Fury gefunden? Tja. Na, wie hättest du ihn finden sollen? Der Chief hat sich doch vom Fall abgezogen. Ach, tatsächlich? So kann man das nicht sagen. Stimmt's, Chase? Nein. Genau. Ich, äh, wollte ihn nämlich, äh, verdeckt einschleusen in, äh, in, äh, Chang Chuangs Gang? Der hängt übrigens mit Rex zusammen. Äh, ja! Hm. Das war schon kaputt, als ich ankam. Kapitel 5, Undercover. Frank, Ellie, versteckt ihr euch hier unten? Tun wir. Ich gehe dann wie so gut wie möglich aus dem Weg. Und ich hab ne Spenne gesehen. Keine Ahnung, wie wir aus der Sache rauskommen sollen. Ich seh da kein Problem. Meine Eltern kommen für den Schaden auf. Wie immer. Hä? Die sind steinreich. Das wisst ihr, oder? Ihnen gehört das Hotel in Paradise Sands. Oh. Jetzt wird mir alles klar. Jedenfalls, Chase wird verdeckt ermitteln. Und braucht neue Klamotten. Na, Glückwunsch, Chase. Oh. Und was wären wir jetzt? Ähm, ein Typ mit Mütze? Keine Ahnung. Achso, einfach nur verdeckt. Ah ja, okay. Ersetzt auch unsere Polizistenverkleidung, aha. Cool. Hey, sieh mal einer an. Ich erkenne dich ja kaum wieder. Ja. Wer ist eigentlich dieser komische Typ hier? Okay. Ich versuch da mal in Chance Gang reinzukommen. Hoffentlich wurde die Brücke zur Hauptinsel wieder geöffnet. Viel Glück dabei, Chase. Das war Chase? Ah, geiler Gag noch. Ach komm. Okay, Leute. Jetzt können wir endlich spielen. Okay. Dann wollen wir mal mit dem infiltrieren der Gang beginnen. Okay, gut. Ich dachte, er labert noch ein bisschen. Ach, und wir haben auch eine neue Karre. Geil. Gut, dann müssen wir jetzt zum Schrottplatz, bis es aussieht. Wir haben schon wieder mal eine Spur von Stats für uns gelegt. Ah, und wir dürfen auch Nitro benutzen. Das ist schön. Ah ja. Aufpassen, ihr Polizisten. Und ich werde gleich wahrscheinlich niesen müssen. Egal. Und, oh, das möchte ich mir jetzt schon mal anschauen. Wie kann man anscheinend... Nein, 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 nein. Falsche Taste. Wir können hier anscheinend auf die Brücke vielleicht klettern. Wir springen. Jawohl, wir können auch alle unsere Moves list aussieht. Und ja, da ist ein Superstein. Okay, nicht ganz auf die Brücke, aber trotzdem. Und da hinten konnten wir das auch machen. Ein bisschen umschauen möchte ich mich schon. Ich weiß, ich habe schon mehrmals in den Kommentaren gelesen, ey, das such mal weniger rum und spiel mehr. Ja, ich weiß, aber ich möchte mich auch umschauen. Schließlich bin ich sehr blind und möchte möglichst viel entdecken. Vor allem, guck dir mal an, wie geil das hier ausschaut. Schön, aber. Okay, aber anscheinend konnten wir da eh noch nicht hoch. Dann können wir ja mal zurück. Ich hoffe, hier kommt jetzt nichts und überfährt uns. Na, okay, nein. Wir fahren einfach weiter. Ach, komm jetzt. Jetzt ist mein Auto weg, oder was? Oh, na, Polizei. Oh, zum Glück kommt hier eine Polizei. Nein, nein. Ich lasse mich lieber überfahren. Okay. Polizeiangelegenheit und klaut ein Polizeiauto. Zum Glück ist hier ein Polizeiauto, weil sonst hätten wir kein Nitro mehr gehabt. Und das ist echt ein großes Manko bei dem Spiel, muss ich echt sagen, dass die ganze Zeit die Autos verschwinden, die man hatte. Ist doch voll langweilig. Okay, kein Nitro. Dann nehmen wir doch wieder das Polizeiauto. Das ist, finde ich, schon... Das fand ich echt gut, dass bei den neuen GTAs das inzwischen so gut ist. Dass die Autos nicht verschwinden, wenn man eine neue Quest macht oder so. Aber hier verschwinden sie ja schon, wenn du nur 10 Meter wegläufst. Das ist echt ein Minuspunkt, den ich leider angreifen muss. Ansonsten ist das Spiel aber echt Hammer, ne? So ist es nicht unter die Ladezeiten. Ja, ich habe jetzt vielleicht 20 Minuten aufgenommen schon und davon waren bestimmt 5 Minuten nur Ladezeiten. Das ist schon ein bisschen krass viel. Aber okay, ich schneide es hier vor euch raus. Das muss euch nicht stören. Sind wir noch richtig? Ja, ich satze immer noch da. Ich schaue mal auf die Karte. Ist es noch weit? Ja, ich sehe es nicht so. Ich habe zu weit reingezoomt. Ne, ist nicht mehr weit. Wir sind in jedem Moment da. Und da sehen wir es auch schon. Wir fahren hier einfach alles zusammen. Kein Problem. Okay, Leute. Und ich würde sagen, hier parken wir, oder? Ja. Äh. Ich wechsle die Taste. Oh, das Auto fährt jetzt wieder automatisch weiter. Wieder ein schöner Soundpack. Ähm, ja. Hier ist anscheinend Chinatown jetzt halt und eine kleine Parade ist ja auch. Ist echt geil, wie hier alles so gefilmt ist. Wind spielt sogar Hammer. Aber okay, äh, Leute. Ich würde sagen, das war es mal wieder für heute mit Lego City Undercover. Und, naja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, wie ihr den Part zur Funnet. Und vielleicht lasst ihr die Bereitung da. Fände ich geil. Und dann würde ich sagen, knappen wir jetzt noch das Ding auf und dann war es das. Ja, ich sehe es noch gerade und dachte mir, ach komm, machen wir es noch. Da ist nämlich auch noch ein kleiner Superstein. Okay, Freunde. Äh. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Amen. Vielen Dank.